Heute haben wir schon den vierten Tag. Heute ist Donstag. Was hast du so beobachtet in den vier Tagen mit deinen Schülern? Du kennst es ja sehr gut. Ich habe vor allem beobachtet, dass die Kids in ihrem Unterbewusstsein ganz, ganz viel lernen, was eigentlich im Lehrplan stehen würde. Also vor allem so Mathematik, Musiktheorie, Physik, Informatik. All die Sachen müssen ja eigentlich im Lehrplan vorgegeben. Und die haben sie jetzt hier unterbewusst einfach alle mitgenommen. Das hätten sie im Schulzimmer nie gemacht. Und vor allem natürlich das Soziale. Dass sie sich miteinander absprechen müssen in den DJ-Teams. Dass auch groß und klein miteinander funktionieren muss. Und das ist das Spezielle an so Projektwochen. Aufnahmefähigkeit von den Kindern. Wie sie das neue wissen, die technische Sprache, wie sie das aufgenommen haben? Also ich habe festgestellt, dass sie das viel schneller erlernen, als ich das erlernen würde in meinem Alter. Dass sie das einfach in den kurzen Theorieblöcken so viel mitgenommen haben und eigentlich relativ schnell umgesetzt haben. Und das erstaunlich. Das würden sie wahrscheinlich in einem starken Schulzimmer nicht so mitkriegen. Ich bin Alessi Molinario. Ich bin 14 Jahre alt und ich liebe Musik. Mein Hobby auch aus Musik entsteht. Ich mache leidenschaftlich Breakdance. Und ja, der Workshop hat mich fasziniert. Weil es ist sehr informativ und meine eigene Musik gestaltet. Und das macht einem sehr Freude. Ich bin Valentina Molaschewitsch. Ich bin 14 Jahre alt. Und ganz ehrlich, ich habe sehr vieles da gelernt. Also auch verschiedene Kabel, wie sie heissen. Auch verschiedene Knöpfe, die ich noch nie gewusst habe, für was sie da sind oder für was sie stellen. Wir sind auch gerade an einem eigenen Mix dran. Und das macht mir wirklich mega Spass. Mein Name ist Pablo. Ich bin 16 Jahre alt. Ich spiele seit sieben Jahren Gitarre. Ich habe alle neue Sachen gelernt. Neue Mixtechniken. Ich bin zum ersten Mal am DJ-Pult gewesen. Also. Er ist sicher alles noch am Aufnehmen. Oh, der bräuchte ich jetzt. Nein, ab jetzt bin ich am Aufnehmen. Oh, was war das? Das Mikrofon. Ja, ich wollte mich aber cold done. Yeah, ich lege mir einfach rausklassen bei mir so. Nein. You're right.